In diesem Märklin Erklärvideo zeigen wir Ihnen die neuen Funktionen der Mobile Station 2. Sie können in der Mobile Station 2 in den MS2-Informationen nachsehen, ob Sie das aktuelle Update installiert haben. Wenn Sie eine ältere Version haben, können Sie Ihre Mobile Station über eine Central Station updaten oder zum Märklin Fachhändler gehen, der Ihnen auch die aktuelle Software aufspielen kann. Mit der Shift-Taste und dem Drehen am Rad können Sie leicht durch alle freien Lokplätze scrollen oder eine Lok auswählen. Wie zum Beispiel diese hier. Mit der Shift-Taste links und der Lok-Taste rechts kommen Sie in die Auswahl für weitere Lokomotiven. Die hier durchgestrichene Lokliste kommt zum Einsatz, wenn Sie die Loks aus einer verbundenen Central Station laden möchten. In der Datenbank finden Sie die Lokomotiven mit der Artikelnummer von Märklin, die Sie auf der Packung finden. Links sehen Sie die Artikelnummer, rechts daneben das Modell. Sie können aber auch Lokomotiven manuell anlegen, entweder mit einer MM2-Adresse oder einer DCC-Adresse. Das sind unterschiedliche Digitalformate. Neue Lokomotiven mit einem MFX-Decoder werden automatisch erkannt, sobald Sie entweder auf Erkennen drücken oder die Lok zum ersten Mal aufs Gleis stellen. So wie diese kleine Rangier-Lok hier. Hier wird der Decoder der Lok automatisch ausgelesen. Die Mobile Station hat die Lokomotive V60 hier erkannt und kann diese jetzt digital steuern. Auf dieser Übersicht sehen Sie sieben Digitalfunktionen der Lok, wie zum Beispiel das Licht oder die beiden Telexkupplungen oder den Hornpfiff. An der Seite sehen Sie das Symbol für die Funktionen und daneben auf beiden Seiten die Tasten, mit denen Sie die Funktionen schalten können. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7. Es gibt aber noch weitere Digitalfunktionen dieser Lok und die können Sie aufrufen, wenn Sie die Shift-Taste drücken. Jetzt wechseln die Zahlen auf 8 bis 15 und die Tasten links und rechts sind die Funktionen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und die 15. Wenn Sie die Shift-Taste kurz loslassen und nochmal drücken, kommt die nächste Reihe mit den Funktionen 16 bis 23, die wieder links und rechts geschaltet werden können. Manche Lokomotiven haben bis zu 32 Digitalfunktionen, die Sie hier jetzt mit der Mobile Station 2 steuern können. Hier nochmal der Wechsel mit der Shift-Taste durch die Funktionen. Probieren wir das mal kurz aus. Hier das Betriebsgeräusch. Und auf der zweiten Seite hier mit Shift erreichbar, das kann man dann hier so wechseln, noch eine Funkdurchsage. Ausgleich 6 umsetzen mit 5 Wagen auf Gleis 3. Sie können die Funktionen dieser Lok aber auch bearbeiten. Mit Shift und der Lok-Taste kommen Sie in das Menü zum Konfigurieren der Lok. Um die Lok zu bearbeiten, klicken Sie links auf die Taste der ersten Zeile. Hier können Sie den Namen, die Adresse oder auch das Lok-Symbol ändern. Zum Beispiel für eine Dampflok, einen ICE, einen Schienenbus oder hier eine Rangier-Lok. Klicken Sie auf die Taste in der Zeile für das Symbol und dann ist das geändert. Jetzt können wir noch die Lok-Funktionen ändern. Sie können in diesem Menü das Funktionse-Icon ändern. Dann erscheint für die gewünschte Funktion ein anderes Symbol in der Liste. Zum Beispiel hier für dieses Geräusch kann ich das Symbol auf F9 ändern. Mit gedrückter Shift-Taste kann man auch schnell zwischen allen Symbolen wechseln und rechts mit der Taste in der Zeile mit dem OK-Pfeil bestätigen. Jetzt kommt noch die Frage, ob es ein dauerhaftes Geräusch sein soll oder zum Beispiel eine Moment-Funktion. Danach das Ganze bestätigen und dann ist dieses Symbol für die Funktion geändert. Kurz ausprobieren. Mit dem Pfeil hier geht es immer zurück. Und dann können wir die Shift-Taste für die zweite Seite der Lok-Funktionen klicken. Und sehen, die Taste F9 hat jetzt ein neues Symbol. Jetzt könnten wir noch die Lok umprogrammieren mit den sogenannten CV-Adressen. Damit lassen sich viele komplexe Feineinstellungen vornehmen. Aber keine Angst, wenn man zu viel verstellt hat, lässt sich die Lok einfach auf den Lieferzustand zurücksetzen. Wenn die Liste Ihrer 39 Lokomotiven voll ist, dann können Sie eine Lok auch entfernen. Dann haben Sie Platz für neue Lokomotiven in der Mobile Station. Das passiert aber nicht aus Versehen. Sie müssen das endgültige Löschen nochmal bestätigen. Dann ist die Lok aus der Mobile Station gelöscht. Natürlich können Sie die Lok aber jederzeit wieder hinzufügen oder sie wird beim nächsten Mal auf dem Gleis wieder automatisch erkannt.